Wir fahren zum Grand Bus, die steigen aus einem Bus mit Sirene, die rennen raus und verdreschen dich mit solchen... So, 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 so gepeitscht und so. Der Mann sind's, wie geht's? Oh, Partnerlook komplett. Haut euch die Groschen. Wie geht's? Hey, Partnerlook oder was? Wie ist euch? Oh, hallo! Bitte, bitte, cool, dass ihr gekommen seid. Kommt rein, Alter, wie geht's? Das war die Autofahrt, du schaust gar nicht mehr so auf den Schlag... Ja, ich hab... Alter, ja, schon noch mal. Ich bin fast fertig. Ich bin nur gerade beim Einpacken, also man kennt's eh von mir. Einmal vor, nein, einpacken. Was glaubst, mach ich jetzt Unnötiges, bevor wir fahren? Das letzte Mal, was hab ich Unnötiges gemacht, bevor wir gefahren sind? Beziehungsweise du? Naht, nein! Ja, diesmal mach ich mir noch was Ärgeres. Ich nehm den Teppichschneider und bearbeite noch meine Hose. Das mach ich jetzt noch. Naht auftrennen und so weiter. Kannst du das sicher machen? Nein, das geht logisch nicht. Da unten hast du die Naht? Ja, genau. Ja, cool. Kannst du's ein bisschen größer machen. Ich bin schon fast fertig. Das steht ja gerade raus, ne? Meist du, was ist da hart, darf man gar nicht tanken, also wenn das die Militärpolizei... Mega viel Munition ist da drin, aber Schacht-Munition. Wirklich? Also wenn es das zerreißt oder so. Ich weiß nicht, dass das nicht viel, weil die Militärpolizei sind sperrt. Zu spät. Ich glaub ich hab alles. So packst du die Schuhe ein? Na ja, nur Schuhe, ja. Ja, was, wegen den Klamotten und so. Da hab ich eh so ein bisschen was drübergegeben. Ja, so das Louis Vuitton sagt wieder. Was? Ja, aber das zeigen wir auch. Ja. Ich weiß schon so. Ich hätte ihn noch vergessen haben. Die Maske hast du? Ja. Gucci-Kürtel. Schalte. Bequem? Passt. Haben wir was gelernt von Lio. Mein Gucci-Kürtel geht noch nicht aus dem Haus. So, einpacken, einpacken. Das sind Dermatänkegelöl reinziehen. Ja? Ja? Geweckt, du Idiot. Drei Stunden später. Daher wird der Nachbar kommt mir her. War ein Asch, decken bleiben wir halt ein Arsch. Vier Personen? Okay. Hustest du mit anderen Männern? Ja, ich merke hinten der Lilian Arsch. Was? Das ist mein Penis. Und das wird für mich noch intimer, weil ich ja auch keine Unterhose anhaben. Sie auch nicht. Hey, warte mal her! Das erste Mal in dem Video, dass wir mit dem Lift gefahren sind, und ich nicht die Treppe ziehen mach. Grüß, Max! So, die waren bereit, Schatti! Na, Liga! Alter, Lunger, ich hab was Großes für dich! Heute haben wir eine lange Reise. Weit müssen wir fahren, schaust du das? Der Maybach ist wieder da! Weg ins Auto! Das ist schon ein geiles Auto, sei ehrlich! Bei mir taugt es nicht! Du hast immer versucht liebevoll zu machen und dann verkackst du einfach an! Ja, ich hab's zuerst alle gekauft, aber du musst dir auch noch einen Schein reinpacken! Danke, Bro! Danke schön! Viel Spaß! Tschüss, Willi! Let's go! Morgen in Frankfurt, morgen und übermorgen, da bist du in der Türkei, oder? Ich muss jetzt ein Screen Recording machen, weil Aschraf irgendwie Insta-Probleme hat. Und jetzt hab ich dem ein Screen Recording von meiner eigenen davor geschickten Sprach-Memo machen müssen. Bei dem explodiert es ein bisschen auf Instagram! Der Aschraf-Kollege! So, düsma! Das freu mich schon! Ja Leute! Genauso beschissen wie das Wetter ist auch die Stimmung! Wir wurden im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen gelassen! Mein Termin! Wir sind schon in Deutschland! Und mein wichtiger Termin für morgen hat mir abgesagt, weil ein unverschiebbarer Termin dazwischen gekommen ist! Ja, Yasin, was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung, ich bin grad sprachlos! Fuck, Mann! Aber ja, super Sache! Kein Plan, wir werden schon irgendwas finden! Yes, Leute! Man muss mit gehalten Humor reagieren! Das unterstützt natürlich jetzt meine Aussage, dass ich gesagt hab, wir sind schon in Deutschland, gell? Wir sind noch nicht mal in Deutschland! Fuck! Harte Kontrollen an der deutschen Grenze! Wie viel Gras hast du schon wieder mit Yasin? Alles! Gras ziehen sie uns raus? Das haben sie glaub ich noch aufgehalten! Warum hat die Frau das quer? Herr Schwarz, ne? Ich hab keinen Bock mehr! Bro, keine Ahnung, seit 5 Stunden? Wir fahren jetzt noch bis 9 am Abend! Wo fahren wir hin? Willi und Wien! Das wird sehr lustig! Ehrenhaft von uns! Ja! Das ist Montag! Nice, dass die Jungs Zeit haben! Wir werden zu denen jetzt fahren und morgen einen Tag mit denen verbringen! Sehr geil! Ich hab die voll gern! Ja, wir mögen die beide sehr gern! Ich glaub nicht, dass die uns mögen, aber... Ja, mal sehen, ob die uns nach dem morgigen Tag auch noch mögen! Ja! Die Enttäuschung ist natürlich weiterhin da, aber zumindest machen wir das Beste draus, oder? Und treffen Freunde! Ja! Wo sind wir jetzt? München gebrochen! Das hab ich beim letzten Mal auch schon gesagt! Aber diesmal sind wir wirklich eben froh! Akte Million! So, wir haben es noch nicht geschafft, aber jetzt gehen wir zumindest einmal was essen! Wo hast du mich da hingebracht? Frühstück! KFC! Ciao Porsche! Wie geht's? Er ist weg! Tut's Maske aus? Fuck! Da muss man jetzt sogar schon so auf so Kärtchen, Adresse und alles angeben! Uff Leute, ich weiß schon ganz genau, was ich nehm! Hot Wiggens in the Milky! Komm ich kurz umziehen! Nee, so nicht! Nix jetzt auf der Straße getragen! Wo soll ich den Bett holen jetzt hier? Oh, nice, nice! Probe sollen wir parken? Hier vorne irgendwo kann ich auch noch was am besten! Okay, und soll ich da einfach so eine Runde fahren? Ja, hier eigentlich! Okay, perfekt! Super, bis gleich! Warte, warte, warte! Fahr nicht weiter! Mein Red Bull liegt am Boden! Oha! Einfach! Wir fahren so und auf einmal steht er da! Wie witzig ist das? Hier rechts! Ja, tschüss! Aber wie er uns gleich erkannt hat... Du bist, glaube ich, der Einzige mit Wiener Kennzeichen in Leipzig! Ja, okay! Und der Einzige mit so einem fetten Bayer! Da schaut's nämlich aus! So rennt der Haus! Da singt ihr Leipzig einmal, wo der Ball den Most herholt! Diskutiere ich nicht! Die Steppen, es regnet auf einmal arg! Ja, ich geh euch einfach nach! Ich hab auch mit draußen nimmst! Warst du denn eine Tasche? Nein, brauche ich nicht! Schau, die hätte ich dir jetzt rausgegeben! Okay! Können wir da einfach stehen oder? Nee, eigentlich nicht! Okay, passt! Alles easy! Können wir eigentlich nicht stehen! So, Freunde, vom Altsbein Wien an Altsbein Leipzig! Oh, komm her! Das ist sehr lange! Das sind exklusive Aufnahmen hier! Ich zieh in zwei Monaten um! Wirklich? Alleine dann, ja! Wo ziehst du denn? Na ja, ich... Ja genau nach mir! Das ist günstig, da hab ich gehört! Da haben wir hier Immobilienkontakt auch gleich am Start! Da hab ich gedacht, kaufe ich mir was! Donauimmobilien! Ja, der Jassen checkt ja schon! Nee, hat ja alles keinen Sinn hier im Osten! Das ist Wien! Ja, das Problem sind halt die Deutschen! Ja! Das ist halt das nervige in Deutschland! Oh, schaut aus wie haben die Füße die sind! Ist es auch! Ist es auch! Der Kämmer kennt! Nice! Oh mein Gott! Ja, pass mit! Die sind am Start Leute! Oh mein Gott! Nervig! Jetzt filmen wir einfach mal ein Disney! Boah, die Nike Shocks! Crazy! Bies! Boah, die finde ich cool! Sind die Rick Owens, oder? Das, äh... Rick Owens, die trage ich manchmal, aber... Offscreen! Ah, Servus! Grüß dich! Max freut sich! Alles gut! Hallo! Bies! Hallo, Servus! Grüß dich! Alles gut! Da riecht es schon mal! Da fühlt man sich gleich mal willkommen! Boah, der hat schon gesagt, der Vincent, die berühmte, richtigte Casting Couch! Ja! Hast du da Willy gecastet, oder? Oder ja, mich! Andersrum! Du hast gleich mal Bier bekommen? Ja, fein! Warum Hotelzimmer nehmen, wenn man so schön im Sarg werden kann? Boah, Bill! Was der Abgeber! Aber die sind halt natürlich... Na, Bro! Dein Ernst! Comme des Garçons! Ja, aber das ist nicht mal einer! Mitbewohner! Scheiße! Weißt du, wie lange ich noch... Ich hab mir gedacht, das ist ja ein normaler Schock! Warte mal, aber ist das deine... Was hast du für eine Size? 43! Aaaah! Best Size, aber ich hab die auch! Aber das ist deine Größe, glaube ich sogar, oder? Ja, ja! Weißt du, wie lange ich mit dem schon suche? Der ist unmöglich zu bekommen! Ich kriegst du nicht! Wie die hatten sich jetzt gekauft vor... Was? Für 1.200? Nee! Hab ich den mal kurz? Ja klar, nochmal! Ich suche nach dem schon ewig! Aber du hast die Kette runtergenommen! Oah! Oh mein! Fuck, der ist halt schon... Wenn die hier einmal in deiner Größe sind... Warte, ich hör mal kurz was... Oh mein Gott! Fuck's in die Nacht! Jede Stunde steht, Bro! Deine Größe! Na? Wahnsinn! Schmühl, Bruder! Spaß für eine Collection! Die Adresse lautet! Sollte auch deine Size sein, auf jeden Fall! Aber so ein bisschen die Flystepper-Vibes gibt mir, oder? Ja, ja! Ich mein, das Ding ist durch seit 5 Jahren! Ja! Da brauchst du nicht mehr... Aber wenn man in der Collection hat, ist halt schon nice! Aber du trägst die nicht, oder? Nee! Aber die Schocks verkaufst du nicht, oder? Nee! Okay! Weil, das ist halt der Vibe, den nicht viele catchen! Genauso wie die Etali-Shirts! Die hat halt ein Jahr Praktikum bei Neuchy gemacht... Alles mitgenommen! Und die würdest du quasi hergeben? Ja, na ja! Jeet! Okay, nein! Ich darf mich nicht so freuen, weil das schwächt mein Verhandeln! Bro! Die Kette hast du auch in Europa! Ja, wie gesagt, zeig ich die Goldene dabei! Ja, aber ich wollte, glaube ich, die Silber nicht zu denen! Das wär zu wild! Bist du Deppert! Bist du Deppert! Bist du Deppert! Jetzt geht's nur mehr um den Preis! Uff, Bro! Das ist die! Okay! Dankeschön! Fuck, Mann! Ja, ist ganz in Ordnung! Ist halt schon ein bisschen too much, oder? Ja, hab ich's doch gesagt! Ein bisschen too much ist es schon! Kann ich überhaupt nicht! Wild, Bro! Ich schwör aus der Kette, mach ich mal eine Kette! Ja, okay, das ist... Sie kommen vor, als wäre ich als Krampus verkleinert! Krampus gibt's sie nicht, oder? Die Perchten kennen uns auch nicht, gell? Nö! Scheiße! Wie könnt ihr keine Krampus kennen? Das sind diese Wilden mit so Leder-Pelzmanteln, die so Hörner haben und so ein rotes Gesicht, noch nicht gesehen? Mein Gott! Der haut uns die Ärsche aus als Kinder! Wir fahren zum Krampus, die steigen aus einem Bus mit Sirene, die rennen raus und verdreschen dich mit solchen... So... So... So gepeitscht und so! Was? Was? Ehrlich? Ja! Da gibt's aber auch noch den Nikolaus und er bringt Geschenke! Und das ist bei uns wirklich nicht umrecht! Nicht umrecht! Sie ist auch... Ich glaubte sie auch einen Weihnachtsmann! Was kommt zu Weihnachten? Und trinkst... Ja, okay, okay! Ja, wenigstens was! Bei euch nicht! Ich freu mich, dass du den Schuh hast! Ich freu mich wirklich! Aber das Problem ist halt leider, das ist ja nicht die Originalkette, beziehungsweise die Kette zum falschen Schuh! Das ist halt noch limitierter! Naja! Oder man kann nur sagen, der Ulf, der Schuh, der den einen Marktwert hat, hat den nicht, weil die falsche Kette dabei ist! Aber es ist auf der Doppelde Flex, weil es heißt ja gleich, dass du eigenes Schein hast! Das ist ein Schein! Was kostet er ohne Kette? 500! Und was kostet er mit Kette? 500! 500! Ja, nein, nein, nein! Sag mal deine Mail auf Facebook und ich überrasse was du willst! Danke! Geil! Alles Gute, Max! Danke, danke, danke! Ich schwöre, ich hab genau die gesucht! Sehr, sehr geil! Weil ich hab nämlich meinen Plug angerufen und hab zu ihm gesagt, ja Bro, kannst du vielleicht die Schuhe checken, aber die sind leider nur mit Gold in der Bank, gell? Glaubst du mir das irgendwie switchen? Und er hat gesagt, nein Bro, ich schau mal nach, ob es den Schuh gibt! Und er hat irgendwie drei Monate lang gesucht und er hat gesagt, nein, nein, nein! Und er hat gesagt, das ist wie ein Pony, wie ein Einhorn in diesem Game, das kriegst du nicht, bla bla bla, das ist unmöglich zu bekommen, weil das nur eine gewisse Szene gehabt hat und wir tragen den dann halt. Dann musst du nach Ostdeutschland kommen und dann... So, Max! Gute Nacht! Morgen ist ein... Anstrengender Tag! Genau! Schlaf gut, ja! Du auch! Richtig schön zu! Zu! Uff, Leute! Professionelles Setup da in Leipzig am Start! Nicht schlecht! Really ready? Ja, finally! Jaaa, ein spannender Videodreh, liebe Leute, der uns dann noch erwartet! Dann im Vlog am Montag! Und jetzt ist immer spannender, Freunde! Der 200. Vlog ist am Entstehen, jetzt kommen noch ein, zwei Vlogs aus Deutschland, sehr viele coole Sachen erlebt, also unbedingt, jetzt kommt die Nummer einer, unbedingt am Montag dann am Start sein! Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, abonniert diesen Kanal, seid dabei im Billionaires Club! Das war's für mich! Der! Der! Der!